Förderkredite sind nur ein Faustschlag in die Mitte. Wie kommt sie, ist doch völlig klar, nur bei guten Boneten im ersten Jahr. Natürlich war das Rock da, defizitär im ersten Jahr. 2020 lief's dann endlich gut. Bis zum Rockern kam weder so. Doch völlig ungeniert habt ihr kurzweil den Rocker-Haushalt saniert. Als Danke und euch zum Lohn kommt jetzt das Rocker-Mille-Gratie-Solo-Saxophon. Musik Müssen wir auch etwas bluten. Wir schrauben euch wacke neue Routen. Aus der Krise wird eine Zugend. Wir machen... Scheiße! Aus der Krise, aus der Krise wird eigen Nutz. Wir machen zwei Monate Früh-Ausputz. Aus der Krise eine Zugend. Das Rocker schenkt euch neue Jugend. Hey Mick, schitte Brille übrigens. Steht ihr? Mach dich irgendwie jünger. Ja! Die Rocker-Edition-Songlasses. Available now on our Crowdfunding-Platform. Liebe Rocker-Freunde, vielen lieben Dank für alles, was ihr gespendet habt. Wir können es gebrauchen. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, kauft euch eine Rocker-Sonnenbrille. Die steht jedem. Es gibt eigentlich niemanden, den sie nicht steht. Solltet ihr denken, sie steht euch nicht. Kein Ding. Sobald wir wieder aufhaben, kommt an Dresen. Dann bekommt ihr dafür Kaffee oder Klettereintritte oder whatever. Wir sehen uns im Sommer. Bis dahin. Vielen Dank für eure Hilfe.